weil hier ist glaube ich frei und schweiß er sitzt da auch noch den sehe ich doch von hier das ist ein ganz anderes thema mein thema ist wie komme ich jetzt wieder zurück ich habe hier verfahren hier müsste ich einmal hoch müsste ich da hoch bin ich hier sicher ach du scheiße gib mir das das hätte ich nie tun dürfen was ich habe einen schwertring oder so bekommen ich wollte nicht dass es dich auch erwischt mein freund er schießt sein auf mich er wusste ich dann würde zu klug was macht er jetzt leute hopfer bitte ja mach du mal leuchte leuchte glaubst du wer du bist das sandmännchen das hat absolut keinen sinn gemacht das sandmännchen leuchtet nicht es tut mir leid du hast einen besseren abgangsspruch verdient ich werde mir einen ausdenken ich sage es dir ich meine damit musste wer auch immer das monster hier gebaut hat der muss doch damit rechnen dass man das tut oder auch was zum fick war das dass der große mann du penner was zum fick also dass sie die kleinen rum haben bin in ordnung aber so einer wie du hey einen von deiner art die brauche ich hier nicht dann hat er auch noch eine armbrust gott das würde nix ich charge ihn einfach mal ich habe nichts mehr ich habe nichts mehr ich hatte so viel glück vor allem er hatte nichts ich hätte ihn nur noch einmal hauen können habe es aber nicht getan und dann macht er das und nachdem er das gemacht hat nehm ich trotzdem noch das schwert von dem da kann der man nicht einfach auch runterfallen oder so ja das ich weiß auch nicht das war mega dumm ich habe gedacht ich kann mich hier hinstellen dann habe ich dann habe ich den rücken die wand zum rücken so dass ich nicht runter geschmissen werden kann aber ich habe dann einfach gar nichts mehr gesehen und bewegen konnte ich mich auch nicht der läuft einfach nur hin und her der greift mich nicht an er würde mich nicht angreifen er hat mich angegriffen tschau ups freut mich mal versehen oh oh das hat ja alle wütend gemacht und je nachdem was hier passiert müssen wir uns dafür entscheiden vielleicht wieder rein zu gehen und irgendwie den weg zu finden ah Diakon ist das Abgrund ey Fett ey ey wuh fuck der Dicke ist einfach wieder aufgestanden ähm oh nein ich bekomm Blutverlust ist zufällig er der der also bis jetzt entweder ist der HP-Balken buggy oder das sind nicht die Jungs denen ich Schaden machen muss guck mal der Raum ist auch riesig hm ich sag mal so hi aha da hat der Balken jetzt mal Schaden bekommen da hat er bestimmt wieder ein Geheimnis wen ich boxen muss und wen nicht mein Blutpegel steigt der da sieht doch eigentlich sehr boxwürdig aus ich könnte schwören so einen hatte ich eben schon geboxt und dann war es der nicht ach ach man meine Waffe ist hier ganz schön kontraproduktiv hier haue ich mich nur einen selbst der kleine der lebt noch das vielleicht das ist dein Ernst warte wo ist die Säde hin da ist es in ihm da ist es in ihm au 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 aber der nicht oh hier ist auch einer grüß dich hab dich gar nicht gesehen Was machen die da? Das ist nicht funny Ich meine, das sind gerade ganz schön viele geworden Ach, scheiße Oh, die zwei Feuerbälle Es ist der Part, wo ich die Jungs nie hätte so lange zaubern lassen dürfen Weil das nur Schlechtes bedeutet Box mal die Jungs, die versuchen den großen Zauber zu machen Oh, Leute Großer Zauber zu gutem Spiel Es ist halt echt ein Problem, dass ich Wenn ich mit meiner Waffe zu viele Jungs treffe Irgendwann Und jetzt bin ich cursed Das ist natürlich auch Das Viech, ey Ach, du Hurensohn Da war ich zu gierig Der hat die ganze Brücke eingenommen Aber ich hab gedacht Naja, irgendwie geht's schon Ich komm nicht mehr an den Dann Ich bewerf den jetzt mit einer Brandbombe Den Papst Ihn steht Die waren nur seine Goonies Verflucht? Was hat mich verflucht? Blutverlust Den steck ich weg Paps steht frei Auf dem freien Mann Kleine Puppe Ist das so? Das ist ein Blödsinn Blut wieder hergestellt Dann muss ich erstmal ein bisschen Den Trash clearen Diesmal bin ich dir ausgewichen Alter, Mann Will ich überhaupt Gegen den Mann kämpfen? Das ist jetzt Eine sehr wichtige Frage Das macht ja grundsätzlich Mir nicht Sinn Mir nicht Sinn Macht das Hey, da ist noch einer So, aber muss ich jetzt hier hin Oder muss ich da hin? Ich muss hier hin, ne? Ja Ja, hier ist ja extra noch so ein Stück extra Hier ist extra so ein Stück extra Das ist auch gut Der Wurm Ähm Bleh Gute Wurm Äh Jetzt aber keinen Fehler machen Oder so Ist hier nicht irgendwo ein Knopf Hier geht's noch weiter Und das ist definitiv ein besserer Abschluss Hey, da hinten bewegt sich was Was es mit Jabber So hat da hinten auf sich hat Und ob ich mich das nächste Mal Noch an den Hebel erinnern kann Da hinten was gedroppt hat War ein NPC Oh Na ja Dann soll der NPC nicht aussehen Wie die Mobs Die drumherum laufen Schon mal daran gedacht Selber schuld Oh, genau 15 Stunden Spielzeit Ja, da hinten wo ich das Ich bin da Vielen Dank.